Das ist eine Priorität. Es gibt aus meiner Sicht nicht die Unterscheidung zwischen auf der einen Seite Menschenrechte, auf der anderen Seite Sicherheit oder wirtschaftliche Entwicklung, sondern das eine bedingt das andere. Und deswegen ist es mir wichtig, egal wo ich auf der Welt vor Ort unterwegs bin, deutlich zu machen, dass zu einem ehrlichen Austausch, dass zu einem ehrlichen Miteinander, bilateralen Beziehungen und erst recht zu Freundschaft immer auch der ehrliche und intensive Dialog über die Menschenrechtslage dazugehört. Vielen Dank.